das ist der kreis ist sein wenn man mehr viel vorbeischauen oder jemanden sehen über die action am start links ist ein auto 2.0 Jo ok die sind beide Siegern zusammen die mögen man vielleicht nicht fahren die in uns her ja das sind okay das sind die astern leute kann doch die possible leute sein der eine ist voll in den graben reingebrettert er musste mit dem und dann kommt der rückzeige auf die strafe warum setzen ja jetzt ist es spät meinst du ja steht gut er war uns nicht fährt er immer noch hinter uns her fährt er immer noch wenn ich ich glaube ich habe das am dach gesehen das hier zu halten ohne deckung fährt er sich selbst überbringen er hat sich selbst überfahren ist sie Ich hab ihn getroffen. Auto, Auto, Auto. Terra, Auto. Oh, du sollst einsteigen, meine ich. Ach so, dann bin ich gerannt. Ja, du bist gut. Ja, jetzt. Da kommt ein Auto, ich guck mich wild um. Ja, ist nur noch eins, er hat's irgendeine Gewunsch. Leu. Der Links ist tot. Problem ist, ich muss unbedingt metten. Mach das. Ich hab noch ein Repair dabei, kein Problem. Nice. Heie, heie. Ach, Drop. 391. Lass dir erst mal, ich repair kurz. Geh du mal zum einen, ich geh zum anderen. Ich brauch mettes, glaub ich. Keine mehr, ich hab zwei oder so. Die hab ich jetzt beide verbraucht. Gar keines. Gut, dass es dich getroffen hat. Ja. Wollen wir noch zum Drop nachträglich hin, oder eher nicht? Ja, guck mal, ob da was war. Ich hab so viel Dropkack noch dabei jetzt. Ich hab'n Pankerle, das ist der Null, ne? 0 Booster. Ich hab' gar keine Booster mehr. Booster mehr. Ich hab'n lover. Aber da hast du schon mal integriert. Ich hab'n Bever. Ja, ich hab'n rechts steht ein auto in rotes vor uns ist er drauf genau wie machen wir das jetzt ich hab politikation dafür ich auch wir wollen das haben oder also ja weil wir halten kurz an dem haus da unten an wir checken mal wo der ist genau wahrscheinlich baustelle oder so ja halt einfach rechts an dem haus an nicht dass hier das hier ist ja vermint ich will erstmal ganz kurz gucken habe ich gesagt ich sehe den drop dahinten aber ich glaubt liegt da einer oder am stein da hinten er hätte Lichter der Baustelle oben rechts drin Baustelle oben rechts das weiß nicht sehen wir optimale Lösungen anzeigen ja alles gut ich bin jetzt ein bisschen ausgeschwärmt ich hab den mal im Wasser gesehen wo ist der Baustelle liegt der Baustelle liegt oben drin denk an dem Typen am Wasser ne hab ich keine Vision drauf weiß nicht wir können das alles pushen nämlich nicht was schießt ich versuche den in der Baustelle zu treffen unterliegt ich glaube jetzt hat er sich endgültig so verpisst ne er schaut auch auf mich ok Wasser schießt auf mich wenn mir Baustelle er liegt da hinten alter was ist mit ihm los ich glaube er wird beschossen oder so oder irgendwas wird beschossen ich weiß nicht wenn ich jetzt noch mal ne GL hätte ich würde was was mann oh ich hätte gerade der einer Baustelle hat mich gesehen beim Flanken wenn hier nicht so ein verfickter Busch wäre, der wäre schon dreimal tot, das glaubst gar nicht du hässlicher Ground-Sinking-Bug-User, alter ei, ei, ei naja, die benutzen das ja nicht immer umabsichtlich, ne dann hab ich Nackenschmerzen bin auf der anderen Seite der Baustelle mein Problem ist eher, ich schaue null nach hinten und wie ist denn außerhalb, hast du das Repair-Kit dabei oder ist das Auto? im Auto glaub ich Baustelle ist runter gegangen ne, ist immer noch auf der Treppe jawohl, alter hat er Hit in der Baustelle? am Wasser down oder ich will grad zur Baustelle rushen ne der schaut dauerhaft auf mich, ich will den nicht pieken, das hat keinen Sinn der trifft die Arme, ich bin weg ich seh noch einen komm, piek mich komm, piek mich Baustelle? ja wie viel Zeit haben wir noch? weniger als 60 Sekunden start destructed muss schnell looten muss schnell looten uah go 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 links kommt ein Autogläufer oder? links am langen Haus war ja jemand auf jeden Fall ja, links von einem fettem Spott ja, links von einem fettem Spott jetzt mal reinsteigen noch reinsteigen zauern 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 wo? direkt vor uns irgendwo führ' wir mal Granaten raus auf jeden Fall, irgendwo 213 Grad sowas da Ich seh den nicht. Auch nicht. Ich glaube die Granate jetzt mal war gut. Jaja, ich seh den nur nicht. Ich weiß, sonst rechts ist auch noch irgendeiner, der schießt silence bloß. Ich seh den nicht, das leben nicht mehr viele. Fünf. Wir zwei, die zwei und noch einer. Ich hab einen gesehen, einer piekt gerade. Loll! Der Link. Wow, warum ist da echt nicht gestorben? Ich hab ihn gehittet. Wo links, am Auto, am Edgeback? Nein, 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 da linken Mauer. Links vorne. Ja, genau, da läuft deinem Kollegen rüber. Nice. Wenn du nach hinten backflinkst, da liegt ne ABM. Ich muss einmal wenden jetzt ins... Ich muss einmal wenden jetzt ins... Ist auch in die Zone, ne? Ja, ja. Keine 60 Sekunden mehr. Ob ich laufe, wie schaue ich denn aus? Wie schaue ich denn aus? Jetzt checke ich erstmal noch, ob ich... Mann, wenn der gerade läuft, kann ich gut fahren. Ja. Sagst du, ich hab nicht gesehen, wie er auch hingelaufen ist? Ich würde jetzt nicht mehr rausfahren. Ja. Der war hier links, zurück neben. Ich muss nicht wo genau. Da im Busch, direkt neben. Sorry. Fuck is der behindert, alter. Der gegen Tank? Weiß nicht, wo der andere ist, das ist mein Problem. Rechts irgendwo jetzt von dir. Der hat direkt gesteppt neben mir. Muss gleich nachladen, Bro. Muss er? In den Busch. Nice. Wuuuuh! Der hat jetzt gestorben bei meinem Herr beim Autofahren, ey. Alter! Ich frag mich, warum dieser... Der Happy G von dem...